Die Einschränkungen gehen mir schon ziemlich ans Herz. Die ganzen Erfahrungen, die andere immer machen durften. Was in der Jugendphase so bedeutungsvoll und relevant ist, das wird ignoriert, ausgeblendet, es wird nicht zum Thema gemacht. Was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Ich wünsche mir, dass du nicht immer zu Hause rumhängst. Ja, ich bin gleich da. Ich wünsche mir, dass du die Schule schleifen lässt, weil es dir scheißegal ist, was ich davon halte. Und dass du diesem Mädchen endlich sagst, dass du sie liebst und dass sie dir das Herz bricht. Penny bekommt damit im Netz gerade Millionen Klicks. Wahnsinnig viral, ein Werbespot von einem Discounter. Der trifft mitten ins Herz. Totale Anteilnahme am Schicksal der Lockdown-Jugend und verlost zum Schluss 5000 tolle Erlebnisse. Eine Weltreise, Abibälle, Festivalbesuche und sogar Ausbildungsplätze samt kostenlosem Wohnen während der Ausbildungszeit. Ich wünsche mir einfach, dass du deine Jugend zurückbekommst. Und es ist jetzt oder nicht.